Okay Leute, versucht 15.762 alle 16 Orden zu erobern und wir starten mit Lugia, let's go. Dann geht es weiter, wow, mit Kabutops. Mewtwo, also in der Pokémon-Welt hätten wir schon längst alle Orden. Stalos, Relaxo und Mauzi, okay, komm. Ich glaube an Mauzi wird es scheitern, Leute, was sagt ihr? 10, 11, 12, 13, 14, 14.